Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Batman, wo ich gar nicht genau weiß, wo wir stehen geblieben sind, denn ich habe gerade mittendrin eine Mittagspause gemacht. Ich habe mal ausprobiert die vegane Soße Hollandaise von Bada. Liebe Leute, Bada ist ja sowieso eine meiner lieblingsveganen Marken, was Ersatzprodukte angeht, falls ich mal Käse oder sonst irgendwas gerne essen würde. Besonders der Väter von Bada. Aber das habe ich schon hundertmal erzählt. Und da habe ich gestern mir meine Eltern Spargel mitgebracht und ich habe noch jede Menge Kartoffeln da und da gab es Spargel mit Kartoffeln und Soße Hollandaise. Köstlich, liebe Leute. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Lass uns mal schnell gucken. Ah, alles klar. Wir wollten hier den Hauptbildschirm benutzen und gucken. Hintertür wird gescannt. Die Backdoor anschauen. Okay. Bring up a searchable network of all possible electronic traffic related to Wane Enterprises. If the Children of Arkham are in our system, all of this is potentially accessible. All of this? Lucius was very thorough. It means that they could have eyes and ears into almost everything in Gotham. Just like Batman. Ah, das Arkham Asylum. Was haben wir hier an, das GZPD selbst? Das ist schrecklich, Gordon. Do you know how much all this equipment costs? We don't have the budget to replace it all. It's a risk we've got to take, Commissioner. If the children of Arkham can hack into our systems, we're completely ineffective. And you think going into situations completely blind is any better? Considering the alternative, yes. Sounds like they've got the situation under control. Good. One less problem to deal with. Das Rathaus und das Gerichtsgebäude. Wir nehmen das hier erstmal. Gotham Courthouse. All public records pass through this place. Well, look at this. Oswald's public record. None of this is right. This whole criminal history doesn't exist as far as the rest of the world is concerned. This must be what the board saw. Not a blemish in sight. Okay, hier haben wir zwei Möglichkeiten sogar. Ich will erstmal die Aufzeichnung sehen. City Hall. Record of Gotham Mayors. Hill had been in office for so long, it's hard to remember a time when he wasn't mayor. Look at this. Theodore Cobblepot. Deceased. Two weeks before the election. No, I... Yes. Yes, I know it takes time, but... The better statement of the century. Considering I've got at least one of my guys in the ER. Yes, just please let me know when it happens. The children of Arkham aren't going to wait on us. I suppose I can understand the truth of that. Harvey has no idea. It's impossible to tell that the children of Arkham have access to this, but if they do any action he takes against them, they'll see coming. Are you done here, sir? Actually, we're done. We can't make anything. We can't do anything yet. It's probably if we had to have the thing to last. But we've made everything done. I've seen enough. I have to go warn Harvey. Keep an eye on this, Alfred. And have Lucius look into it as well. We need to find a way to lock them out. Sehr gut, Sir. Oh, Mr. Wayne. Welcome. You can go on in. I'm back. Yes, that's right. The back. I'll need a rental in the meantime. Uh, Harvey? Back here, Bruce. Take a seat. I'll be right out. Oh, come on. Not today. Stop, stop, stop. Come on, let's have to stop. Just a second. Well, it's as good as it's gonna get. You know, Bruce, I've been looking forward to this my entire career. The day Harvey Dent takes his official portrait as mayor of Gotham. And he looks like this. I'm glad you survived the trip up here, Bruce. You want to tell me what's going on? I didn't keep you waiting that long, did I? I just found out Wayne Tech is compromised. The children of Arkham are using it to track the GCBD. You could be next. But Wayne Tech is everywhere. If they can hack into it... That's why they have to be stopped. Leave it to me. Thank you, Bruce. Dammit! Those children of Arkham jump me! God, it's only getting worse. It's out of control. I can't stop it! Well, Harvey, you drew attention to yourself with that speech. You need to be more careful. Careful is what got us into this mess. Harvey Dent does everything by the book. To the letter of the law. But that isn't working. Sure it is. He's turning things around. Barely. Slowly. I'd like to see you do better. Watch me. Now are you going to fix this mess? Simple. Easy. Curfews after dark. Checkpoints at every bridge. Mandatory identification card. You're doing fine, Harv. Don't... None of us are doing fine! Sorry. Sorry about that, Bruce. I guess I got a little lost there. I'm probably not getting enough sleep these days. Look, we're both under a lot of stress right now. We... We should be able to lean on each other. Stronger together, right? It's the only way. Uh, Mr. Dent? The photographer's ready for you. Thank you, Deborah. I'll be right out. Please, Bruce. Don't tell anyone about this. If anyone finds out or thinks I'm not fit to be mayor, it's all over. Everything I've worked for. Your secret's safe with me, Harvey. Thanks, Bruce. I owe you. Again. Again and again. See you around, Bruce. An interview with the Children of Arkham's leader. I wonder how Vicky managed to score that. Bruce? Uh, have you seen today's copy of the Gazette? It just arrived a moment ago. It seems Miss Vale has been talking to some very interesting people. People the Batman would like to find. Do you think she would be willing to help you? She may be the only lead we have on the Children of Arkham's leader. Perhaps she could be persuaded to reveal her source. Unlikely. I stonewalled her at the GCPD after Falcone was shot. I can't afford to waste time with Vicky. Let's offer her a chat with Batman. Good idea, sir. Can you scramble the line? Right away. Vale. I saw your story in the Gazette this morning. I want to talk. Who... who is this? I think you know exactly who this is. Batman. Investigative journalism suits you. I... I like to think so. I've been meaning to thank you. What you did at the debate. I'm not sure I would have made it out of there otherwise. I'd say I owe you one. Meet me at Sundown. Cobblepot Park. Deal. Okay, ich würde gerne wieder einiges erklären, warum ich wie gehandelt habe. So, machen wir jetzt mal. Und zwar habe ich... habe ich versprochen, dass wir niemandem erzählen von seiner Schizophrenie. So würde ich es mal nennen. Weil ich denke... Weil die anderen Antworten möglichkeiten haben mir auch nicht gefallen, weil sie zu Barsch waren. Ich denke aber, dass er das vor anderen auch noch präsentieren wird oder dass ihm das rausrutscht, sodass wir gar nicht nötig haben, es zu erzählen, weil er selber das schon zeigen und erzählen wird. Deshalb habe ich mich auf seine Seite gestellt. Und ich habe jetzt hier bei Vicky nicht gewählt, Batman wird sie zum Sprechen bringen, weil das irgendwie klang, als würden wir sie verprügeln, um sie zum Reden zu bringen. Irgendwie mega absurd. Deswegen habe ich die andere Variante mit dem Wütendsein genommen, weil es halt recht nahe lag. Ich denke, bei beiden hätten wir jetzt nicht wirklich was abändern können. Mich wundert, dass wir so leicht durchgelassen wurden zu Dent, denn hieß es nicht eigentlich, dass er sich von uns distanziert. Warum sagen dann alle, oh, Bruce, geh einfach durch. Weil eigentlich hätten sie ja sagen müssen, Mr. Dent empfängt sie nicht mehr. Wir distanzieren uns von ihm. Also, naja. Keine Ahnung. Machen wir weiter. So, Batman. Ich werde die Obvious Frage geben. Die Kinder von Arkham sind deine allergleichen. Wir wissen alle, ihre Methoden sind extrem, aber was ist ihre Botschaft? Their Leader hat gesagt, dass Gotham's Elite hat sich verabschieden ihre Macht, oft an der Expeise von Ordinary Bürgern. Für die Rekord. Do you think es ist eine Validität in dem sie sagen? In deinem Meinung? Ich will nicht diese Gespräche beobachten. Ich dachte, wir waren hier für ein Interview. Turn es auf. Okay. Their message ist, dass sie aufhören, besonders seit der Interview. Ich muss alles wissen, was sie gesagt haben. Does niemand mehr mehr read? Es war viel Posturing und Grandiose Monologuing, wirklich. Wir werden die Stadt der Korruption-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten. Nicht gut, aus einer Investitionen-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten, aber das Publikum wird es aufhören. Ein Teil der Arbeit, du weißt. Wenn das nur die Grund, warum du mich aufhören hast, sollte man einfach nur aufhören. Sie sind nicht versuchen, ihre Motivation zu schützen. Gotham muss wissen, wie gefährlich die Kinder von Arkham wirklich sind. Du schützt die Wahrheit. Huh. Mein Editor sagt, die Fische-Sorten sind praktisch verabschiedet. Ich würde sagen, die Wahrheit wird raus. Es ist einfach nicht die Seite, die du möchtest. Aber das ist warum ich hier bin, um die andere Hälfte zu verabschieden. Wo sind Sie? Wie haben sie dich verabschiedet? Ja, okay, ich werde dich da verabschieden. Ich bin nicht aus dem Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten-Sorten. Was bedeutet das? Ich spreche von Bruce Wayne. Ich möchte auch glauben, dass er ein guter Mann ist, aber mit der Informationen, die sich aufgelenkt hat, jeder ist wunderschön. Jeder will ihn für was seine Familie machen. Jeder. Except für dich. Warum hast du noch nicht nach ihm geholfen? Ich weiß nicht, dass er nicht mehr von ihm geholfen hat. Aber so far, keine Anführung von dir gegen ihn. Keine Anrufe. Bruce Wayne ist inocent. Er ist nicht verantwortlich für was seine Vater getan hat. Vielleicht nicht. Aber er hat sich immer von ihm geholfen. All diese Leute haben sich verabschiedet, damit er in dieser Hälfte seiner. Ich weiß nicht, ob Sie haben einen ... ... mit ihm? Vielleicht gibt es mehr zu dieser Geschichte, als ich weiß. Aber Sie können nicht ignorieren die Fälle. Whether he intended to or not, his family has been stealing from innocent people for years. So, what are you going to do about it? What is Batman doing to protect them from Bruce Wayne? The people want to know. There are bigger threats to Gotham out there. The Children of Arkham. I have to deal with them first. You're doing what you think is right. I get it. Good luck with the Children of Arkham. I'll be sure your message gets out. Please, Miss Vale. Think what you want about Bruce Wayne. But I need to find the Children of Arkham before they hurt anyone else. You're right. You upheld your end. God, I could lose my job for this, but... Here. This is where we met for the interview. Please, don't tell anyone I gave this to you. Please, don't tell anyone I gave this to you. Everything is dark. No sign of the Children of Arkham? They may not have gone far. They should be there. No security, no emergency staff. If Vicky's right, it shouldn't be this quiet. Be on your guard. I'll continue monitoring the drone feeds from here. Thanks. Go and have a look around. There's a body here. Likely the work of the Children of Arkham. I'm going to look around, see what they've been up to. He's been dead for a while from the looks of it. One of the Children of Arkham. Loyalty doesn't get you much with these people, does it? Seems strange. There's something else. Ich sehe schon hier die ganzen Einschusslöcher und das Blut hier ist auch, ähm... Er hat auch so eine Spritze gekriegt offensichtlich, weil das Aderzeug hier auch so rausguckt. Gucken wir uns das mal an. Durch den Schuss wahrscheinlich, aber das sieht so eklig aus. Boah, ich ekel mich so sehr vor solchem Körper. Scheiße, ich kann da gar nicht richtig hingucken. Boah, 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 boah. Er war schot, dead center. Twice. Executed. It outlived his usefulness, I suppose. Kontaktstelle verbinden. Wir müssen uns erst mal umgucken. Ähm... Ich hab jetzt gedacht, durch den Schuss, aber wenn er hingerichtet wurde, durch den Schuss, kann er logischerweise ja... Also es macht ja keinen Sinn, ihn dann zu vergiften. Also muss das ja eventuell eingeatmet haben. They've been referencing the map. Whatever they're building, must hinge on it somehow. Das Ding ist ja auch, worum ist er sich so sicher, dass keine Einstichstelle da ist. Bei Montoya war sie doch auch so am Nacken dran. Also, warum soll das hier bei ihm nicht am Rücken oder was weiß ich wo sein? Okay, oh, hier haben wir was. Timer-Teile? Okay. I'm looking into the transportation database now. Sir, there's just one. Mercy Street Station. It's one of the busiest places in the city. Thousands of people go in and out every hour. Mercy. Hier auf dem Tisch liegt aber nichts weiter, ne? Mal kurz zur Seite gehen. Ne? Dann haben wir hier noch... Pässer mit Chemikalien. These barrels match the shrapnel that I found at the docks. Okay. Hier mal ein bisschen... Bastelei. Someone's been practicing chemistry. Something spilled here. This is the drug they've been using. Refined. It's the same as the one given to Montoya and Harvey. Sieht aber nicht aus wie eine Flüssigkeit. Sieht aus wie... Obwohl es nicht hier Spritzer. Ich wollte gerade sagen wie... Ähm... Koks oder so. Aber liebe Leute, ich sehe auch gerade... Wir sind schon wieder bei 21 Minuten angekommen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine Pause. Und legen beim nächsten Mal wieder los, wenn wir das Labor ein bisschen weiter kontrollieren und durchgucken, was hier eventuell noch so rumliegt. Und dann müssen wir die Beweise auch noch oder den Ablauf so ein bisschen rekonstruieren, indem wir die einzelnen Sachen verbinden. Das machen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Batman. Bis dann. Tschüss.